Wir brauchen in so vielen Situationen Mut, sonst macht Arbeit keine Spaß mehr. Es könnte sein, dass es das Leben verändert. Der Vortrag von Patrick war das Highlight des Abends heute. Dann dieses, der Mutstifter, dass er wirklich heute lebt, was er präsentiert hat. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Vieles ist wirklich für die Firmen von heute brauchbar. Ich nehme viel mehr mit, als ich dachte. Der, der mutig ist, wird belohnt.